Boah, was alter? Schwede, was geht denn hier ab? Oh, ein Umspannwerk, ein Umspannwerk. Guckt euch das mal an, wie geil das ist. Wow! Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory mit MoMoMoMoMoMods. Meine lieben Freunde, ihr seht es vielleicht da hinten am Horizont. Ich zoome mal ein bisschen ran mit der Fotomodus-Funktion, damit ihr das auch besser sehen könnt, was da hinten abgeht. Wir haben jetzt mal beide Mods kombiniert in der letzten Episode, nämlich die Refined Power Mod mit den Windrädern und die Power Control Room Mod mit den Überlandleitungen, um eine richtig coole Energieinfrastruktur hier an den Start zu bringen. Deswegen, das haben wir jetzt mal gemacht und wir haben jetzt einen schönen Überschuss. Den habe ich jetzt schon genutzt, um ein paar von den kleineren Windrädern hier mal zurückzubauen. Die stehen mir hier nämlich teilweise in der Base schon im Weg rum und die haben auch so eine komische Hitbox. Da kommt man mal so schlecht vorbei. Habe ich also mal rückgebaut. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Satis Mods reinziehen, lasst einen Daumen nach oben da. Und schaut auch gerne in die Playlist rein, wenn euch die Mods interessieren, die wir schon besprochen haben. Zum Beispiel die Colony Mod oder auch die Mod mit den Aufzügen, die Linear Motion Mod. Wir haben so viele coole Mods schon uns hier reingezogen. Also auf jeden Fall mal reinziehen, würde ich sagen. Reinziehen geht immer. Genau, was möchte ich jetzt tun? Ich möchte eine weitere Mod ausprobieren. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich zwei neue Mods hatte. Einmal die Power Mod, die wir übrigens auch noch nicht komplett ausgereizt haben. Da fehlt noch einiges. Und zum anderen die CCTV Mod, also die Überwachungskamera Mod. Und da will ich das jetzt mal tatsächlich probieren. Wenn ich jetzt eine Produktionsanlage habe und ich möchte wissen, ob diese Produktionsanlage noch läuft oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier meine Eisenverarbeitung. Wann fängt die denn an leer zu laufen zum Beispiel? Dann kann ich sagen, baue mal hier eine Kamera auf. Oh, die sieht aber hässlich aus. Also ein bisschen hässlich sieht die schon aus, muss man sagen. Warte mal, wo machen wir die hin? Wir machen die mal hier so hin. Können wir die auch ein bisschen höher bauen? Nee. Ich probiere es erstmal so aus. Oh. Ich bin in der Kamera drin gerade. Ich will aber wieder raus. Okay, warte. Ich kann an die Kamera rangehen, um mir das Bild anzugucken. So, und dann kann ich hier so einen Überwachungsmonitor aufstellen. Mit einem wunderschönen Hintergrundbild. Lol, guck mal. The official unofficial modding community. Habe ich gleich mal Schleichwerbung hier gemacht. Für the official unofficial modding community. Nice. Guck mal, da sind voll die geilen Mods drauf, die wir schon ausprobiert haben. Auf dem Bild. Das ist hier Refined Power. Das ist hier die Simple Science. Was haben wir hier noch? Die Elevator. Hä, das sind aber noch die alten. Guck mal, das sind die alten Elevator Mods sind da noch. Und ja, krass. Das ist auch derselbe übrigens. Der Modder, der das hier gemacht hat. Äh, meine ich zumindest, dass das derselbe ist. Der die, der die Mod hier gemacht hat mit dem Stromschalter, glaube ich. Also ich, ich glaube, das ist derselbe tatsächlich. Bin mir jetzt nicht sicher, ja. Aber ich glaube, es ist derselbe. So. Äh, äh, okay. Irgendwie, warte mal. Wie mache ich denn das jetzt? Drücke E zum Konfigurieren. Ach, warte. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Kann das sein, dass wir... Hier. Viewing Edit Camera Name. Ah, hier unten, genau. Edit Camera Name. Genau, das sage ich jetzt mal. Kamera 1. Ich komme nicht mehr raus. Jetzt. Ah! So. Kamera 1. So, warte. Und jetzt wähle ich hier... Genau, jetzt kann ich hier auswählen. Kamera 1. Ha! Nice. Und ich könnte jetzt hier sogar durchschalten. Guck mal, wenn ich jetzt hier mehrere Kameras habe, könnte ich hier links und rechts durchschalten. Kann ich das... Ich kann die Kamera schwenken! Ist das geil hier! Ich habe links oberlich so ein Ding zum draufdrücken. Und dann schwenkt das. Das ist ja ein bisschen episch. Und wenn ich dann rausgehe... Wie komme ich jetzt raus? Jetzt komme ich mit Escape nicht mehr raus. Huch. Wie komme ich jetzt wieder raus? Aus der Kamera? Ah, so geht es auch. Okay. Ich kann einfach ins Inventar gehen und dann oben drücken. Gut. Äh... So. So, genau. Da ist es... Da bleibt es dann auch ausgerichtet. Ja, oben rechts. Aber man muss halt dann mit dem Mauszeiger dahin, ne? Aber eigentlich hätte es mit Escape ja auch gehen müssen normalerweise. Ja, krass, meine lieben Freunde. Schade, dass es noch so hässlich aussieht. Aber ist irgendwie witzig. Ist irgendwie witzig, dass man da jetzt mehrere Kameras... Ich versuche mal noch eine aufzubauen irgendwo anders. Man, da kann ich mir ja voll den Kontrollraum zusammenbauen, oder? Das ist doch mal epic shit. Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will... Ob noch genug Schrauben oder... Sagen wir es mal anders. Wir produzieren ja die Stahlrohre, ne? Die produzieren wir ja ganz da hinten. Also da, wo der Titanenwald anfängt, quasi. Wenn ich jetzt im Titanenwald bin und wissen will, ob noch genug Stahlrohre hier hinten ankommen, für die Produktion der schweren Rahmen zum Beispiel. Dann kann ich mir hier eine Überwachungskamera hinstellen. So. Muss ich natürlich noch Bär nennen. Ich nenne die jetzt... Kamera Diaz. So. Warte. Jetzt komme ich wieder nicht raus. Jetzt muss ich mit Escape. Okay, wenn ich in der einzelnen Kamera bin, muss ich mit Escape das machen. Und wenn ich im Bildschirm bin, muss ich es mit dem Ausknopf machen. Okay. Ist auch ein bisschen frickelig an einigen Stellen, muss ich zugeben. So. Und jetzt kann ich da... Zurück zu dem Monitor gehen und das mal probieren, ob das auf die Distanz auch funktioniert. Warte. Kommt gleich. Ist gleich soweit. Ich bin gespannt. Ich bin mal gespannt, wie weit die Reichweite ist von dem Monitor. Und ob das dann auch in der vollen Darstellung dann auch zu sehen ist, wenn wir zu weit weg sind. Weil die Mods, also die Modelle von den Fabriken werden ja runtergerechnet, je weiter man weg ist, ne. Und da kann es natürlich dann sein, wenn man sehr weit weg ist. Ja, guck mal. Da werden die Objekte nicht mehr richtig angezeigt. Weil man ja nicht mehr vor Ort ist, quasi. Also ich werde da nicht irgendwie hinteleportiert oder so, wie es aussieht. Ich bin da wirklich nur in so einer Kamera drin. Das müsste schlimmer werden mit der Qualität der Darstellung, je weiter man weg ist eigentlich. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz weit nach da hinten und probiere mal aus, wenn ich da ein Ding setze, was dann noch übrig ist von der Bildqualität. Ne, also nochmal kurz zur Erklärung. Wenn man sich durch diese Welt hier bewegt, werden nur die Objekte qualitativ hochwertig dargestellt. neben denen man direkt steht. Wegen Performance, ne. Wenn hier alles in High Detail immer angezeigt würde, permanent, würde das natürlich hier alles nicht dargestellt werden können. Von unseren Rechnern und Grafikkarten. Und deswegen wird das runtergerechnet irgendwann, wenn man weit genug weg ist. So. Und, ähm, ja. Je weiter ich also quasi weg bin von den Objekten, desto eher werden die Bäume nur zu Pappaufstellern. und desto eher werden die Fabriken Detailarm dargestellt, die Anlagen. Damit einfach die Performance erhalten bleibt, ja. Performance-Konservierung und Optimierung. Aber das ist witzig. Das ist echt mega witzig mit den Überwachungskameras. Es ist auf jeden Fall gut, um abzuchecken, ob Anlagen noch laufen. Ich meine, man muss ja, wenn man das abcheckt, muss man ja jetzt nicht unbedingt, ähm, eine riesige, ein krasses Detail von dem Objekt sehen, ja. Da reicht's ja wirklich, wenn man einfach das so ein bisschen sieht, ob überhaupt die Bänder noch laufen und so, ne. Ich find's ja auch geil, dass man keinen Strom braucht. So, jetzt guck ich mir Kameradiers an. Geht aber eigentlich noch. Also das Einzige, was nicht richtig dargestellt wird, sind die Bänder. Die sind sehr stark runtergerechnet und das, was halt drauf liegt. Aber auch nicht alles davon. Guck mal, zum Beispiel die Rahmen da, die kann man noch erkennen. Die Platten hier vorne, diese Weltraumlift-Platten, die kann man auch noch erkennen. Die Rohre irgendwie nicht mehr so. Die sind einfach nur noch schwarze Dreiecke geworden, also schwarze, schwarze Quadrate geworden, Dreiecke, genau. Das ist einfach nur, ja, kleine Aufstellerchen. Und sonst, also die Modelle sehen eigentlich auch noch relativ gut aus, muss ich sagen. Ist gar nicht so schlecht. So, dann können wir ja hier noch durchschalten, glaube ich, oder? Irgendwie nicht. Ah, doch jetzt. Man muss irgendwie da den richtigen Punkt erwischen. Ist noch nicht so ganz klar, wo da der richtige Punkt ist. Genau, ich kann die Kameras tatsächlich durchschalten. Ja, wir sehen es auch an den Barren, ne? Die sind auch nicht, sind jetzt auch nicht krass detailliert und auch das Band da ist runtergerechnet. Aber ich finde, also, es geht trotzdem. Also, ich muss sagen, ich bin schon wieder ein bisschen begeistert. Ja, da kann man sich voll den Kontrollraum zusammenbauen an sich. Irgendwie ja schon, ne? Nice. Und das kann ich von jeder Ecke jetzt abfragen, von jeder Ecke der Map. Ich fände es trotzdem irgendwie noch ein bisschen geiler, wenn vielleicht das auch mit Strom funktioniert. Also, wenn man Strom braucht, um die Kameras zu betreiben. Und vielleicht auch, wenn man vielleicht noch ein paar Einstellungen hat, so, dass vielleicht die Kamera auch schwenken kann. Also, dass ich nicht nur selber die Kamera steuern kann, sondern, dass die auch so automatisch schon links nach rechts schwenkt. Wie so eine richtige Überwachungskamera halt, ne? Dass man so einen richtigen großen Bereich halt abdecken kann, mit einer Kamera so. Das wäre irgendwie noch ganz cool. Aber so an sich schon geil. Also, dass es überhaupt geht, ist krass, finde ich. Rechts drehen ein aus. Ja, genau. Dass man das halt permanent so, dass man das als Loop halt einstellen kann, wie sie sich bewegt. Ja, also, dass sie quasi hier anfängt und dann das alles abschwenkt bis hier hin und dann wieder in die andere Richtung, ja? Das fände ich irgendwie noch ganz geil, wenn das gehen würde. Dass die halt nicht immer nur in eine Richtung guckt. Halt so wie so eine richtige Überwachungskamera das auch macht eigentlich. Aber generell finde ich es cool, dass man die steuern kann, ja? Dass man überhaupt, dass man überhaupt diese Möglichkeiten jetzt hat. Man müsste noch irgendwie einen schöneren Körper für die Kamera haben, irgendwie. Keine Ahnung. Oder sie müsste ein bisschen cooler noch aussehen. Sie sieht ein bisschen vom Design her jetzt. Gut, es ist auch, wie gesagt, noch eine Alpha-Mod. Aber so vom Design her sieht es ein bisschen komisch aus. Sieht aus wie so ein Projektor im Kino. Irgendwie. Sieht mehr wie so ein Kino-Projektor aus, als wie eine richtige Kamera. Finde ich. So eine Überwachungskamera. Ist auch ein bisschen zu groß. Irgendwie. Aber ich finde es gut, dass es schon so reibungslos funktioniert einfach. Also, dass man halt, dass man halt so viele Möglichkeiten jetzt schon wieder hat damit, ne? Ist halt, ja, man muss es nicht unbedingt haben, ja? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Fabrik und ich bin mir nicht sicher, was am anderen Ende passiert, warum zum Beispiel eine Sache nicht mehr so, nicht mehr so krass reinkommt, wenn ich jetzt sage, hey, was ist denn jetzt mit meinem Kunststoff zum Beispiel los? Ja, dann muss ich ja immer erst hinlaufen. Und so kann ich halt visuell überprüfen, was da los ist. Ja? Und zum Beispiel, wenn ich jetzt mehrere Fabriken habe, die dasselbe produzieren und ich weiß jetzt nicht, welche von denen nicht genug produziert, weil vielleicht was fehlt oder so, dann kann ich halt durch die CCTV-Kamera gucken und das halt überprüfen und vergleichen, welche Fabrik läuft denn nicht mehr so gut. Quasi. Der Body ist echt klobig. Der, das ist noch ein bisschen visuell, also so, wenn man die Kamera so sieht, noch nicht so ansprechend, ne? Aber ich finde es trotzdem genial. Also ich finde generell die Funktion genial und die Idee finde ich richtig gut. Ich hoffe, das wird noch von dem Modder noch weiterentwickelt, dass es vielleicht noch mit ein paar Funktionen ergänzt wird, ein bisschen optisch noch schöner aussieht und vielleicht mit der Steuerung nicht ganz so frickelig ist. Genial, meine lieben Freunde. Ja, jetzt haben wir ja hier auch noch ganz viele Sachen. Wireless Power haben wir ja schon ausprobiert, die Poles auch. Jetzt haben wir ja hier zum Beispiel sowas. Central Pole Sign. Jetzt will ich das mal aufbauen. Working Alerts und Down. The Pole Sign Central lists the power in all your Pole Signs and you can set and text and sound alert to it. jetzt müssen wir das mal ausprobieren. Pole Signs sind das hier. Ich will jetzt hiermit mal ein bisschen was ausprobieren. Put a name. Pole Sign 1. Use the Pole Sign Central to see all your Pole Signs. Capacity produced, consumed. da kann ich kann ich damit die Stromnetze überwachen. Warte mal. Wie sieht's aus? Ah ja, guck mal, hier sehe ich jetzt die Eigenschaften. Äh, Kapazität, Verbrauch und der Rest, der übrig ist. Der wird einem, glaube ich, bei Satis gar nicht angezeigt im Interface, ne, vom Stromast. Capacity, Verbrauch, genau, ne, guck mal, das wird einem, die Differenz wird einem nicht angezeigt zwischen Verbrauch und Kapazität. Du musst das immer selber abchecken, wie viel noch geht. Das ist ja cool, da sehe ich, wie viel ich noch habe. Das ist ja nicht schlecht. So, und wenn ich das jetzt hier anschließe, an das Hauptding, geht gar nicht. Ah, doch, ach so, ich kann da, get visual and sound, ach so, ah, wenn jetzt hier nicht genug Strom kommt, dann kann ich quasi, dann werde ich benachrichtigt. Kann das sein? Warte mal, wenn ich jetzt da abknippe, oh, okay, irgendwie, checkt er das nicht, dass er hier trennt ist. was ist denn, wenn ich da jetzt, warte mal, ich schließe da mal einen Mast an, der keinen Strom hat. Irgendwie will er das nicht so richtig. Vielleicht in die andere Richtung verbinden. Kann man das resetten? Das ist irgendwie komisch, er ist eingefroren irgendwie. Get an alert if this pole have few energy left. Or if its fuse was triggered. Im Moment mal, energy left? Ach so, wenn, wenn der, wenn die Differenz quasi niedriger wird. Ich meine gut, das ist schwer, das auszuprobieren. Man müsste jetzt vielleicht irgendwie mal, warte mal, ich baue mal ein Biomasse-Kraftwerk. Wir müssen es mal mit einer Biomasse-Quelle probieren. Irgendwas, was schwankt. Sonst, äh, hier, sonst kriegen wir das nicht hin mit, mit der Probe hier. Wir haben ja hier Biomasse. So, dann nehme ich mir jetzt einfach mal eine Einheit. Oh, warte, ich greife mir einfach hier mal zwei Dinger runter. So, und dann schließen wir das mal da an. So, jetzt läuft das, genau. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt hat er es aktualisiert, genau. Muss doch irgendwas geben, was? Ah, doch, jetzt, 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 jetzt. Power Alert, Pole 1. Jetzt hat er es alertet. Weil jetzt der Dings alle ist. Hä, das ist, ach so. Ja stimmt, die Fuse ist ja gekommen, genau. Genau, die Fuse hat ja, hat ja gezündet. Stimmt ja, stimmt ja. Ja krass, also funktioniert das. Dann können wir das ja erst mal lassen. Aber krass, was alles geht. Ich kann mir quasi ein Alarmsystem bauen für Strommangel eigentlich damit. Was haben wir denn noch schönes da drin? Wir haben einen Timer-Switch. Wie funktioniert das denn? Gucken wir uns das mal an. Kann ich das an die Wand bauen? Warte mal. Kann ich das an die Wand machen? Oder geht das nur am Boden? Geht nur am Boden, wie es aussieht. Okay. Ah, Timer on. Machen wir mal, was machen wir denn? Zehn Sekunden. Ah ja. Ah ja. Und, äh, turn on for defined seconds. Moment. Ich muss das mal irgendwie checken. Hey, warte mal, so kann ich doch, Moment mal, jetzt hält es mir gerade mal ein. Wenn ich hier ein Polsein mache und das einfach ans Stromnetz anschließe, kann ich das doch auch überprüfen. Warte mal. Jetzt ist null. Ja, jetzt ist er schon, jetzt ist er aus. So, warte, jetzt mache ich den an. Zack. Jetzt müsste hier Strom drauf sein eigentlich. Ja, genau, guck mal, es dauert immer ein bisschen, bis der sich refresht. Der guckt wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen, wie viel Strom auf dem Netz ist, auf seinem Anschluss und das wird nicht so jede, jede hundertste Sekunde abgefragt. Das wird halt nur so in bestimmten Abstand gefragt und dann dauert das immer einen Moment. Jetzt ist es hier nämlich schon wieder aus und jetzt müsste der eigentlich, jetzt müsste der sich eigentlich auch aktualisieren. Aber ihr seht schon, der fragt anscheinend nur alle paar Sekunden mal ab, sonst hätte er jetzt eigentlich schon checken müssen, dass er jetzt keinen Strom mehr hat. Hier dürfte jetzt eigentlich nichts mehr durchlaufen. Wir sollten vielleicht nochmal ein Mast dazwischen stellen, um das zu überprüfen. So. Keine Verbindung, genau. So, wenn ich jetzt hier sage, on, jetzt ist er an. jetzt müsste der hier eigentlich, ja genau, der hat jetzt, genau. Nach 10 Sekunden müsste es sich wieder abschalten. Genau. Jetzt hat der hier nichts mehr und der, ja, irgendwie, irgendwie ist der hier banal, ne, irgendwie, der, der checkt das irgendwie nicht oder kann ich das irgendwie einstellen, wie oft der checkt? Oder muss ich dem erst einen Namen geben? Holt sein, 01. Ja, guck mal, wie lange das allein schon dauert, bis er den Namen aktualisiert, ne? Irgendwie sind die noch nicht so ausgereift, kann das sein? Eigentlich hätte er doch jetzt das checken müssen. Mit Lichtern eine Disco-Atmosphäre schaffen. Ja, stimmt. Das wäre doch eigentlich mal ein Ding, ne? Das könnte man damit machen. Warte mal, wir können ja mal probieren. Scheiße, da brauche ich Lichter, warte mal. Wie habe ich die Lichter, die habe ich doch im Shop gekriegt. Moment. Ganz kurz. Das mal mal kurz das mit Lampen probieren. Ja toll, jetzt will ich mir wieder die Schrauben. Es fehlt immer irgendwas, verdammt. Ich will mal schnell schrauben, ich will das mal jetzt schnell freischalten. Ich muss das jetzt mal machen. Ich will mal Lichter machen. Ich habe da eine Frage. Was kennt einer eine Mod, die Türen und oder Tore beinhaltet, die sich bei Annäherung öffnen? Ja, das ist hier diese Mod und zwar jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß die denn nochmal? Structural Solutions. Da gibt es verschiedene Dinge, die man hier machen kann. Zum Beispiel, hier das ist alles Structural Solutions. Hier sind glaube ich die Türen mit bei. Rahmen kann man bauen. Man kann so Stahlträger bauen und Betonböden und Wände und so. Und da gibt es hier dann verschiedene Arten von Toren. Hier gibt es so ein Zauntor. Wo waren das? Bei den Frames. Genau. Hier gibt es so sowas. So eine Schiebetür. Warte. Sowas gibt es. Ja, und auch verschiedene Größen halt. Gibt auch nur die Tür. Sodass man die halt einsetzen kann, wo man sie braucht. Also das ist schon geil. Auf jeden Fall empfehlenswert auch für die anderen Strukturen, die da noch drin sind. Ist nicht nur geil wegen den Türen. Ist auch wegen vielen anderen Sachen eine ziemlich geile Mod. Kann ich nur empfehlen, wie ihr sagt. So, dann schnappen wir uns hier mal das. Nice. Und dann machen wir mal schnell den Shop. Dann schalte ich mal schnell die Lampen frei. Auch nicht geht das schon. Ja genau, Innenbeleuchtung. Guck mal. Und dann am besten gleich noch die Außenbeleuchtung. Alles kaufen. Jawohl. Freigeschaltet. Schrei gefaltet. Schrei gefaltet. Ja, jetzt muss ich natürlich mir noch den Quarz von unten holen, sonst kann ich die Lampen nicht bauen. Aber so an sich schon mal ja nicht schlecht. Wo sind sie denn die Lampen? Bei Organisation, ne? Genau. Deckenlicht. Ach, scheiße, das ist ja nur das Deckenlicht. Na, dann muss ich die Straßenbeleuchtung nehmen dafür. Nice. Aber ist doch schon mal eine gute Idee, dass wir das mal mit Lampen probieren noch. Die Schalter. Weil da sieht man es ja am eindrucksvollsten, ob es an oder aus ist, ne? Blöd nur, dass hier immer Tag ist. Es gibt übrigens auch eine Immer-Nacht-Mod. Wenn wir wirklich mal so eine Disco bauen oder so, dann müssen wir mal die Immer-Nacht-Mod installieren. Es gibt immer Tag und immer Nacht. Ich kann auch Leitern bauen. Ja, genau. Aber ich kann auch einfach den Aufzug benutzen. Faule Bären benutzen den Aufzug. Guck mal, hier habe ich nämlich noch Quarz. Dann lösche ich mal die Biomasse und nehme mal den Quarz mit. Da kann man doch was machen damit. Ja, sehr schön. Habt ihr das Material? Machen wir das jetzt mal? Testen wir das mal? Ich bin gespannt. Die Beleuchtungssteuerung vielleicht noch. Ja, genau. Achso, die, die, warte mal. Ich weiß, was gemeint ist. Diese, diese, ja, da kann man ja das Licht nur dann einfärben und so und die Intensität einstellen. Das müssen wir jetzt erstmal nicht haben, tatsächlich, weil wir brauchen ja erstmal prinzipiell nur eine Lampe, die erstmal an oder aus ist. So, ich probiere es erstmal so. Machen wir mal jetzt noch nicht an Strom. Jetzt machen wir erstmal hier bei, bei der Mod einen Switch. Less Power, More Power. Da kann ich dann so ein Threshold einstellen wahrscheinlich. You can, warte mal, 12 mal 12, Power Switch 12, 12. You can manage the power of your factory, monitoring and turning on or off every switch. 12 inputs, 12 outputs. If one, it shows if a fuse is triggered too. Das will ich mal. Boah, was alter, Schwede, was geht denn hier ab? Oh, ein Umspannwerk, ein Umspannwerk. Guckt euch das mal an, wie geil das ist. Ich bin gerade ein bisschen, ich, ich kann gerade, ich weiß gerade nicht, was hier passiert. Ich bin gerade baff. Okay, wir probieren mal hier. Eingang und Ausgang, schätze ich mal, links und rechts. Chlorekt. Kann ich das jetzt switchen? Ach du meine Güte, wie krass ist das denn? Rename me. Ah, okay, das kann ich umbenennen. Dann nennen wir das mal switch 1. Kann ich das jetzt ein- und ausschalten? Ich kann das ein- und ausschalten. Ich kann, Alter, wie geil ist denn das, Mann? Ich kann lauter Sachen an diese Switches anschließen, kann die alle separat ein- und ausschalten. Bitte was? Ist das der Wahnsinn oder ist das der Wahnsinn? Oh, ich hab, ah, jetzt wird mir gerade hier nochmal geschrieben, genau, ich hab ja noch in die Meme in eine Festplatte gelegt, genau, hab ich natürlich schon wieder vergessen. Genau, ah, guck mal, was wir hier haben, genau, das müssen wir auch mal hier jetzt analysieren, hier. Wir haben hier einen alternativen Blueprint für schwere, ummantelte Rahmen, genau, ich hatte ja die Festplatte da gefunden, die eine. Was nehmen wir denn da jetzt? Ich würde sagen, alternative Caterium-Produktion mit Wasser, weil dann kriegen wir mehr Caterium aus dem Caterium, was wir haben. Nice. Sauber. So. Nice. Gehen wir wegmachen wieder. Ja, das ist doch eine geile Sache. Das ist kein Wahnsinn, das ist ein Energie-Kontroll-Raum. Ja, stimmt, deswegen heißt die Mod ja auch Power-Control-Room, ne? Aber wie geil ist das bitte, meine lieben Freunde. 1-12. Warte mal, was ist das? Ach, da kann ich alles mit einem. Hä, wo ist da jetzt der Unterschied zwischen dem anderen? Moment mal, muss ich mal kurz lesen, das habe ich jetzt irgendwie nicht gereiht. You can manage the power of your factory, monitoring and turning on or off every switch. Ach, hat nur einen Input, ach so. Ah, ah, verstehe, okay. Das ist quasi das, was ich eigentlich brauche. Das brauche ich gar nicht, aber ich brauche eigentlich das, weil ich habe nur einen Strom. So, und dann will ich das verteilen quasi. Hier genau habe ich nur den Input. Und jetzt kann ich aber hier ganz viele, wenn ich jetzt zum Beispiel zwölf Lampen habe, zum Beispiel, dann kann ich jede Lampe da einzeln ein- und ausschalten dann. Das ist ja cool. Also ich kann praktisch jetzt sagen, hier Lampe 1. Ja, warte, ich kann auch sagen, hier Lampe 2. Ja, kann auch hier sagen, Lampe Dusar. So. Und dann kann ich an jeder Lampe, jede Lampe einen Schalter quasi. Die hat schon einen. So, und die haben dann alle Strom oder keinen Strom. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Hier, jetzt kann ich sie alle einschalten. Moment, 1, 2, 3. Ich weiß es gar nicht, ist 1, 2 und 3 das, was ich denke, was es ist? Nee. Okay, dann habe ich falsch gedacht. Moment, dann ist es wohl doch eher so. Ja, genau. So habe ich das angeschlossen, genau. Ja, krass. Das ist ja Wahnsinn. Da kann ich ja voll das Netzwerk aufbauen. Das ist ja, das ist ja mega geil. Energy Storage können wir leider nicht machen. Wir haben keine, äh, na, wie heißen sie? Batterien? Genau. Was haben wir denn hier noch? Einen Switch. Einen Auto-Switch. Or, and. Gucken wir mal. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Kann man nicht konfigurieren, wie es aussieht. Warte mal. Das war doch irgendwie so mit, äh, wenn vom ein, wenn von der einen Leitung Strom kommt und von der anderen, wenn man jemand, was habe ich gebaut? Or. Genau, wenn entweder von hier oder von da Strom kommt, dann wird Strom irgendwie durchgeleitet durch beide oder so ähnlich. Ne, warte mal. Ich glaube, ich nehme erst mal End. End kann ich glaube ich besser erklären. Da müssen glaube ich von beiden Seiten, von beiden Eingängen muss Strom kommen, damit was durchgeleitet wird. Damit auf der anderen Seite was rauskommt. So war das glaube ich. Naja, doch. Naja, so ähnlich. Wie konnte man jetzt nicht aus End und Or, konnte man doch irgendwie so einen Loop bauen? War das nicht so? So einen sich selbstbefeuernden, so einen sich selbstbefeuernden Loop irgendwie. Potentiometer. You said how much power will go to the output. This power will be served for the output buildings. Removing from the input. Ah ja. Ah, da kann ich quasi die Menge festlegen, die durchgeht. Maximaler Output. Und dann wird es gekappt. Das ist ja auch cool. Da kann ich quasi für einen Bereich in meiner Fabrik eine feste Menge an Strom definieren. Und wenn es dann drüber hinaus geht, dann wirkt sich das nicht negativ auf meine anderen Segmente in der Fabrik. Da wird der Rest quasi in den anderen Bereichen genutzt. Wenn ihr versteht. Das ist ja cool. Das ist richtig praktisch. Ja, wenn ich jetzt weiß, okay, der eine Bereich meiner Fabrik verbraucht eh nur, weiß ich nicht, 100 Megawatt, dann kann ich das abknippern. Sodass die anderen ein höheres Potenzial haben. Ein höheres Maximalpotenzial. Nice. Das ist ja krass. Das ist ja richtig cool. Ja, dann gibt es hier noch einen Tageslichtsensor. Aber der ist ein bisschen sinnlos, weil, ja, wir haben ja hier gerade immer Tagmod. Was haben wir hier noch? Einen Beltstopper. Ah, da kann ich dann einstellen, wenn Strom anliegt, geht es durch und wenn nicht, dann nicht. Kann das sein? Warte mal. Ich muss mal hier den... Ah, genau. Wir können das ja anschließen an den Schalter. So. Und wenn ich jetzt da anmache, bei 2. Ja, guck mal. Da ist es grün. Wenn ich ausschalte. Okay. Dann immer noch. Verstehe ich jetzt aber nicht. Dürfte eigentlich nicht sein. Kann das sein, dass es noch ein bisschen problematisch ist? Also so ein bisschen nicht so ganz reagiert, wie es soll. Guck mal, weil hier ist ja jetzt rot. Wenn ich jetzt wieder anschalte, ist es grün, ja. Aber das Aus-Signal kriegt er irgendwie nicht. Vielleicht hat er aber auch so ein kleines Energiepotenzial drin. dass er vielleicht einfach nur dann den Strom verbraucht, wenn er Items durchlässt. Warte mal, das können wir ja mal probieren. Sekunde. Nehmen wir mal das langsame Band, damit wir sehen, was passiert. Ne, warte mal, das war jetzt... Ne, doch, war richtig. War richtig, war richtig. So, dann nehme ich jetzt mal hier ein Lagier, eine Lagier-Kiste und dann lassen wir einfach mal lassen wir mal hier Draht durchlaufen einfach. Bin mal gespannt. Der ist jetzt ja rot. So, er ist jetzt abgeschaltet, er dürfte eigentlich jetzt nichts durchlassen. Er hängt schon am Richtchen, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Das kann ich mir jetzt nicht erklären. Er müsste doch jetzt eigentlich das Signal kriegen, dass er aus ist. Was steht denn dabei? Warte mal. Ach, if the current power is below 50 Megawatt, it stops the belt. Hä, aber wenn, wenn die Leitung aus ist, müsste doch eigentlich, müsste doch eigentlich aus sein dann, wenn die, wenn ich deaktiviert habe quasi. Hm, seltsam. Verstehe ich auch irgendwie nicht so ganz. If the current power is below 50, it runs the belt. Da ist auch ein Puffer drin, warte mal. Interessant, dass er den Puffer noch nicht voll gemacht hat, obwohl sich die Items schon staunen. Da fragt man sich sofort, wo geht das eigentlich hin? Aber das ist eigentlich tatsächlich auch so, wie die richtigen Splitter und Fusionatoren arbeiten, glaube ich. Die haben auch intern immer so einen kleinen Puffer pro Ausgang von so ein paar Items irgendwie. Das merkt man immer dann, wenn man das abreißt. Dann hat man die Sachen meistens dann im Inventar, die so ein paar Fünfeinheiten mehr als eigentlich auf dem Band waren und so. Hm. Aber irgendwie raffe ich das nicht, wie das funktioniert genau. Weil eigentlich, jetzt dürfte ja kein Strom auf der Leitung sein. Vielleicht muss ein Mast dazwischen sein noch. Guck mal, jetzt dürfte er ja auch eigentlich nicht durchleiten. Er ist ja quasi nicht bepowert jetzt. Also normalerweise. Warte. Hau das mal da ran. So. Und dann da ran. Ja, guck mal. Keine Verbindung. Aber er hat trotzdem noch Strom. Das checke ich irgendwie nicht. Hat das vielleicht was mit unseren Wireless Stromüberträgern da oben zu tun? Nee, kann ja nicht eigentlich. Wir hätten ja da oben neben die Windräder so WLAN-Türme aufgestellt, die den Strom übertragen. Aber es kann ja nicht sein, dass der den zapft hier. Einen Schredder, der keine Punkte raushaut. Ja. Guck mal, das verschwindet hier einfach, wird nicht gestorrt. Und, äh, okay, das ist noch ein bisschen komisch. Ich meine, ja, die Mod ist halt noch early, ne? Am Anfang. Ist noch nicht ausgereift. Aber, so, die Idee finde ich schon geil, muss ich sagen. Die finde ich schon nicht schlecht. Aber so, so richtig funktionieren tut es halt noch nicht, ne? Also, an einigen Stellen noch nicht. Da ist noch ein bisschen Arbeit nötig, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich finde es generell cool, dass man diese ganzen Optionen hat hier. Und auch dieser Bildschirm und das alles, das sieht ziemlich geil aus. Aber man sieht jetzt schon, worauf das hier hinauslaufen kann, ne? Man kann jetzt hier von der anderen Mod, kann man sich jetzt dann den Monitor noch mit dazu stellen, ja? Und hat dann schon so ein kleines, äh, Kontrollzentrum einfach. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel die Switches so benenne, wie die Kameras, kann ich ja quasi sehen, was ich steuere. Dann sehe ich ja, was das, wenn ich was ein- und ausschalte, was das dann bewirkt, ne? In meiner Fabrik. Wenn das jetzt noch ein bisschen besser funktioniert mit den Signalen, dass die auch ankommen, also, dass die Schaltungen sich da besser orientieren, dann ist das schon was Geiles. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielware mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur, indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator-Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben dalassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Sucht dies Factory. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.